Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich, denn heute ist bei mir zum dritten Mal eingetroffen die Lifestyle Box. Das ist dieses grüne Schätzelein, was mir in der Kooperation, Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt wurde. Ja, und wenn du Bock drauf hast, mir zusammen zu erfahren, was sich in der fünften Ausgabe dieser Box verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich mache auf diesem Kanal ja auch sehr viele Unboxings. Bei manchen Geschichten ist es wirklich eine langfristige Kooperation, wo ich ja jedes Mal, wenn die Box erscheint, auch ein Unboxing machen darf. Die Lifestyle Box wird sporadisch angefragt, ob ich Bock drauf habe, die auszupacken und ich bekomme dann auch immer einen Gutscheincode. Deswegen mache ich auch super gerne diese Kooperation und weil mich natürlich als sehr neugieriger Mensch durchaus interessiert, was sich in der Box verbirgt. Mein Gutscheincode, Claudie10, bringt euch 10 Euro Rabatt auf eure erste Bestellung. Genau, und alle Informationen dazu nochmal unten in der Infobox. Genauso auch wie die Teilnahmebedingungen zu dem Gewinnspiel. Ich kann, soweit ich das in den E-Mails gelesen habe, leider keine Box verlosen, aber ich werde euch ein Beauty-Paket zusammenstellen. Ich packe euch einfach eine Box mit Produkten, die ich so hier habe und bringe die dann für den Gewinner auf den Weg. So, die Lifestyle Box erscheint, wie gesagt, alle zwei Monate, kostet 39,99 Euro pro Box, wenn du die im flexiblen Abo hast. Und wenn du die im jederzeit kündbaren, ach Quatsch, wenn du die im Jahresabo hast, glaube ich, kostet die 33,99 Euro. Also, das ist dann halt nur, je nachdem, welche Abo-Form du willst, hast du dann ein entsprechendes Preis-Leistungs-Weltes, was natürlich anders ist. Genau, 115 Euro wert sollen sich in dieser Box verbirgen. Da bin ich gespannt. Ich finde die Box an sich von der Farbe her richtig schön. Also, ich mag dieses Grüne richtig gerne, dieses Apfelgrün. Grün ist die Farbe der Hoffnung, mag ich gerne leiden. Ja, und ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal ganz entspannt in diese Box rein. Die lässt sich so öffnen. Und irgendwie riecht die schon ganz angenehm. Na, jetzt rieche ich aber erstmal nur Papier. Dann ist das irgendwas anderes, was hier gerade gerochen hat. Also, es ist schon sehr, sehr edel, wenn du sie aufmachst. Das mag ich gerne leiden. Wir haben ja ein riesengroßes Magazin, wo zu den Produkten auch Informationen drinstehen. Also, ich glaube, das ist das größte Beauty-Magazin, was Uppsala, was wir finden können. In dieser Box haben wir drin Beauty-Artikel, Food-Artikel und Lifestyle-Artikel. Schauen wir doch mal rein. Wir haben hier erstmal ein Seidenpapier, was mit einem Kibi verschlossen wird, den ich jetzt mal öffnen werde. So, mal umklappen. Und hier haben wir den Blick in die Box. Und die ist wirklich bunt gemischt. Ich weiß jetzt auch ernst gesagt nicht, welches Motto sich hier hinter verbirgt. Da steht ein 01-2021 auf dem Magazin drauf. Das heißt, nee, das hier ist dann die Januar- und Februar-Edition wahrscheinlich, war. Mit Motivation ins neue Jahr. Okay. Vielen Dank für deine neue Bestellung, unseren neuen Lifestyle-Box. In der aktuellen Ausgabe der Box findest du sorgfältig ausgewählte Produkte, die passend auf die Jahreszeit abgestimmt wurden. Genau. Und dann halt noch ein paar Informationen. Und dann fangen wir doch einfach mal an. Passend für diese Zeit ist natürlich irgendwie was mit. Und es ist gemütlich, warm und cozy und vielleicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwie ein Licht, also ein Lämpchen oder sowas. Mal gucken. Also als erstes haben wir hier, das finde ich schön, von Bilou ein Tasty Donut pflegender Cremeschaum. Das ist dieser hier. 150 Milliliter sind hier enthalten. Das ist natürlich eher so ein Mädchen-Produkt. Also ich hätte jetzt eigentlich immer so gesagt, diese Box ist so unisex gestaltet. Dieses Produkt macht es natürlich eher zu einer Frauenbox, zu einer Box für jemanden, die gerne auch süße Düfte verwendet, was ich persönlich bin. Ja, den hatte ich auch schon öfters mal da. Man muss halt diese Duschschäume von Bilou mögen. Ich finde die wirklich toll und verwende die auch super gerne. Deswegen für mich ist es definitiv was. Ich habe nur von der einen oder anderen, nee, das ist ein pflegender Cremeschaum. Das ist gar nicht Duschaum. Das ist Bodylotion quasi. Mega witzig. Dann riechst du nach Donut und dann hält es auch ein bisschen länger scharf. Ich habe, wie gesagt, von anderen schon mal gehört, dass sie das ein bisschen intensiv finden. Ich stehe drauf. Also meins ist es definitiv. Also, ne, Claudie-Produkt am Start. Dann kommen wir zum nächsten. Und das ist ja sowas von Weihnachtsprodukt. Nein, ja, irgendwie schon, ne. Zero-Zucker von Coca-Cola. Und das ist tatsächlich auch mit dem Weihnachtsmann hier vorne drauf abgebildet. Also weihnachtlicher geht es ja kaum, ne. 330 Milliliter sind in dieser Dose drin. Das ist, finde ich, richtig scharf. Genau, die Box kommt, glaube ich, aus Österreich, wenn ich das auch richtig mit auf dem Schirm habe. Genau, das ist auch ein sehr, sehr junger Gründer gewesen. Mittlerweile, der junge Mann wird ja auch erwachsener, ne. Aber ich glaube, mit 16 hat er die Firma gegründet. Das lief dann noch unter Freebiebox. Und da hat sich dann die Lifestyle-Box draus entwickelt. Genau. Ja, das ist auf jeden Fall, oh, 0 Prozent, ne, 1 Kilokalorien in der ganzen Dose. 0 Prozent Fett, 0 Prozent gesättigte Fettsäuren, 0 Prozent Zucker und 0,07 Gramm Salz. Krass. Jetzt kommen wir zum nächsten. Und das ist Activated Carbon Remove Stains Whitens Teeth Smile Spa Active Cocoa Teeth Whitening Powder. Ja, sowas hatte ich auch öfter schon mal in Boxen drin. Ich weiß gar nicht, ob das sogar in der Lifestyle-Box schon mal mit drin war. Das kommt mir nämlich gerade so bekannt vor. Das ist halt so ein Pulver, so ein Puder halt, ne. Dann machst du halt einfach deine Zahnbürste, machst da die Zahnpasta drauf und dipst es dann hier rein. Und dann kannst du dir die Zähne putzen. Habe ich auch tatsächlich schon mal komplett aufgebraucht, so ein Produkt. Das ist schon sehr gewöhnungsbedürftig, ne. Also bei mir war das so, dass die, die ganze, hm, das ganze Areal von meinem, wo ich meine Zähne putze, war halt echt immer ziemlich schwarz eingeschwärzt. Das muss ich sehr oft putzen, Leute. Weil ich dann nicht aufgepasst habe und so. Aber das ist, ne, so ein typischer Claudiefeld. Pure Aktivkohle aus der Kokosnussschale. Nicht nach einer Zahnoperation oder bei Zahnproblemen verwenden. Trockenlagern und außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Ja, aber es ist auf jeden Fall ein Produkt, was schon dabei helfen kann, deine Zähne aufzuhalten. Deswegen finde ich es ganz cool, dass es mit bei ist. Es ist so ein, ich bin ja eigentlich kein Fan von Zahnpasten in Beautyboxen, aber das ist so ein Add-on. Das ist dann schon wieder okay, ne. Ich würde zum Beispiel auch eine Ordnung finden, wenn man LMAX Gelee in Beautyboxen mit drin hätte. Aber LMAX Zahnpasta irgendwie nicht. Keine Ahnung, ist so ein Spleen von mir. Dann habe ich hier etwas drin, das ist ein, oh, Sissi's oder Sissi's Intensivserum für eine vitale gestärkte Haut mit Edelweiß von Sissi & Joe. Und das ist ein veganes Produkt. Das ist auch cool. Ich mag Edelweiß, ne. Ich weiß nicht, das riecht jetzt ja nicht irgendwie besonders, aber ich finde Edelweiß an sich, so von dem Hintergrund, was da immer so, ne. Hatte man damals halt immer irgendwie und wenn dann, wir waren sehr oft in Bayern im Urlaub und dann haben meine Eltern mir immer, immer jedes Jahr aufs Neue erzählt, dass es bei Wanderungen immer eine ganz beschwerliche Geschichte ist, aber auch eine ganz romantische Geschichte, wenn ein Mann einen Berg hinaufgeklettert ist, um das Edelweiß, was an einem Vorsprung, in einem Felsvorsprung gewachsen ist, um es dann zu pflücken und seiner Frau mit nach Hause zu bringen oder seiner Geliebten, dass es immer ein ganz großer Liebesbeweis war. Mittlerweile weiß man, Edelweiß ist, glaube ich, Naturschutzprodukt, also Naturschutzpflanze sollte man besser nicht pflücken. Das ist nicht so der größte Liebesbeweis, wenn man die Natur kaputt macht, aber, ne, es ist halt irgendwie ganz nice, wenn das, ey, es kommt halt immer irgendwie so vom Gefühl her mit drin, so. Hat man dann diesen, ach, Prince Charming im Kopf, der da die Felsen hochklettert, um dann ein Edelweiß zu pflücken für seine Geliebte. Ne, so ist das und das ist ein Serum für eine vitale, gestrafte Haut. Ja, vielen Dank. Ja, 30 Milliliter sind hier enthalten. Mehr als 40 Wirkstoffe des Edelweiß aus biologischem Anbau, Gerstengras, Holunder, Traubenkernöl, Spurenelemente und Mineralstoffe regenerieren und erfrischen die Haut. Sodium, PCA und natürliches Hyaluron machen die Haut geschmeidig, speichern Feuchtigkeit. Das Intensivserum wirkt vorbeugend gegen erste feine Hautfältchen. Jo, und das machst du dir einfach ganz normal nach deinem Toner auf dein Gesicht und darüber dann die ganz normale Tages- oder Nacht-Creme. Finde ich nah, ist schluck. Da haben wir schon vier, also ich weiß gar nicht, wie viele Produkte immer so ausgeworfen werden, was man halt in diesen Boxen mit drin hat. Es sind viele, ne, das nehme ich jetzt einfach mal vorweg. Als nächstes haben wir etwas, was jetzt einfach auch aktuell so ein bisschen passt in die Zeit. Von Stix Kräutergarten Handcreme Basic mit Bio-Ringelblume und hier sind 70 Milliliter drin. Auch das, ne, also wir haben jetzt wirklich großen Pflegebedarf für unsere Hände aktuell. Deswegen ist es vollkommen in Ordnung, wenn wir Handcremes jetzt in Beauty-Boxen drin haben, weil, ja, also ich habe auch einen sehr hohen Handcreme Bedarf aktuell. Ich verwende sehr viele Handcreme. Meine Hände sind auch sehr, sehr trocken und da müssen sie auch ordentlich gepflegt werden. Deswegen finde ich das gut, nicht nur aufgrund der Kälte, die wir jetzt halt demnächst irgendwann mal kriegen werden, noch sind wir zweistellig von den Temperaturen hier bei uns, sondern auch von dem, dass wir uns viel die Hände waschen wegen halt Lockdown, Corona, Rampapa, ne. Deswegen passt es auf jeden Fall. Ja, und Ringelblume ist, glaube ich, generell auch sehr pflegend, ne. Natürlich haben wir hier auch ein bisschen was zu essen mit drin und die Marke Neo hatte ich, glaube ich, auch schon mal in der Box mit drin gehabt, oder? Only one gram sugar per bar, also du hast hier nur ein Gramm Zucker pro Riegel und hier sind drei Riegel enthalten. Das sieht schon sehr, sehr ansprechend aus. Diese Proteinriegel oder diese gesunden Riegel, nenne ich sie jetzt einfach mal, sind von der Textur natürlich ein bisschen anders, als wenn du dir einen Snickers reinknallen würdest, aber dafür haben die natürlich auch viel weniger Kalorien, viel weniger Zucker und so weiter. Ne, deswegen kann man sich das auch einfach mal zwischendurch gönnen. Das hier ist jetzt mit, ich glaube, irgendwie Puffreis oder sowas und mit Kokos. So sieht es jedenfalls aus, also man hat hier auch ganz viele Kokoscheine abgebildet. Ich mag gern Kokos essen, also von daher ist es für mich auf jeden Fall eine Sache, die ich mir gönnen werde. Nächstes haben wir hier, glaube ich, ein Werbegeschenk. Gott. Ja gut, ne, das ist auch jetzt Coca-Cola. Ich glaube, die haben hier ein bisschen Sponsoring betrieben. Das ist so ein Tuch, was man sich halt auf die verschiedensten Arten binden kann. Ja, es ist jetzt wirklich Corona-Zeit und da kann man sich das dann auch um den Mund binden. Ja, wir haben genug andere Mundschutze und das hier sieht mir irgendwie so aus, als wäre das... Na, wir gucken es uns trotzdem an. Ich mag nicht so gerne Tücher dann mehr um den Mund binden, bin ich ja ehrlich, ne? So, habe ich da jetzt einen Weihnachtsmann mit drauf? Ja, es ist halt Coca-Cola, ne? Da hast du hier einen Mann mit Bart abgebildet. Ja, ja, ja. Und das kann man sich dann halt so um den Hals legen und dann kann man sich das hochziehen bei Bedarf, hat dann aber gleichzeitig auch noch jetzt für den Winter halt so einen Halsschutz, ne? Aber ich finde es jetzt halt echt nicht schön, um ehrlich zu sein. Es ist praktisch, weil das wahrscheinlich dann auch recht schnell hoch runterhalten und so weiter wird. Ja, aber ich finde es jetzt nicht wunderschön. Aber ich versuche ja die ganze Zeit immer so eine Zielgruppe auch für mich herauszufinden, ne? Zum aktuellen Zeitpunkt würde ich sagen, dass es vielleicht eher ein Pärchen aufmachen sollte. Okay, nächstes Produkt. Da habe ich hier jetzt etwas. Das ist von Jim Queen. Tasty Drops Cookie Duff. Hä? Okay, das hier sind so Tropfen, die nach Keksteig schmecken. Hä? Warte mal. Was ist das? Keksteig Aroma mit Süßungsmitteln. Für Lebensmittel, nicht unverdünft verzehren. Kühl und lichtgeschützt lagern. 30 Milliliter. Ach, das machst du dir dann irgendwo rein, um irgendwie das nach Keksteig schmecken zu lassen, damit du quasi deinen Heißhunger auf Keksteig befriedigen kannst, ne? Ja gut, machst du die auf einen Apfel oder so? Ich weiß es nicht. Als nächstes habe ich etwas drin, was ich geil finde. Und zwar von TerraTherm Zehenwärmer. Das sind einfach Zehenwärmer. Fünf Paar sind hier drin. Und ich muss gestehen, dass ich letztens... Also wir haben, wenn ich im Büro bin, jetzt aktuell bin ich im Homeoffice, aber wenn ich im Büro bin, haben wir halt permanentes Fenster offen. Und ich kriege immer eiskalte Füße. Auch wenn ich echt warme Sohlen anhabe und so weiter. Also auch warme Schuhe. Aber ich kriege super schnell von dem ganzen Zug, der da einfach herrscht, sehr kalte Füße, sehr kalte Finger. Und dann habe ich mir auch tatsächlich in meine Stiefel Thermosohlen reingemacht und hatte super heiße Füße. Da war ein bisschen zu krass. Aber trotzdem finde ich das ganz nice. Und das hätte mir auch sehr gut geholfen, weil das hier ist tatsächlich dann nur für die Zehen, ist dann für acht Stunden Wärme, sowas hält auch wirklich Ewigkeiten. Ja, hast dann fünf mal zwei Paar hier drin. Also das finde ich wirklich toll. Also das wäre auch was, das würde ich mir tatsächlich, oder das werde ich mir auf die Arbeit mitnehmen. Und wenn dann wirklich super kaltes draußen ist, mache ich mir das in meine Stiefel einfach rein und bin einfach die Heldin des Tages, weil ich habe warme Füße und alle anderen nicht. Ha! Voll geil! Hier haben wir Naticone, that's it, protect your lives. Schützt für ein Jahr vor Viren und Bakterien. Geprüft durch Eurovir Lab. Hä? Tötet 99,4% aller behüllten Viren wie Covid-19 und Bakterien ab. Tuch zur Behandlung, Beschichtung von Oberflächen. Anwendbar auf Metall, Kunststoffen, Acryl und Holzoberflächen. Schutz für ein Jahr? Hä? Also mache ich das auf eine Oberfläche und dann ist für ein Jahr Sendepause? Das kann ich mir kaum vorstellen, weil wenn das hier, ich meine hier, die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin hat das zugelassen. Aber was heißt das? Weil wenn das wirklich so sein sollte, ohne Witz jetzt mal, dass es wirklich hält, dann wäre doch schon längst jeder mit so einem Ding am Rumrennen und würde alles damit einschmieren, was geht, oder? Jetzt mal ohne Witz. Trocknet zu einem klaren, glatten Überzug mit lang anhaltender Wirkung. Oberflächen trocknen nach ca. 30 Minuten belastbar nach ca. 24 Stunden Raumtemperatur. Hä? Also ich muss ja wirklich sagen, ich bin da wirklich skeptisch. Ich weiß auch nicht, für wie viel Quadratmeter, Quadratzentimeter das dann reichen soll. Aber schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Habt ihr da schon mal von gehört? Ich weiß ja auch nicht, was das kosten soll, aber ich weiß es nicht. Oder ist das so ein, wir springen jetzt auf den Zug auf und pushen unser Unternehmen. Ich weiß es nicht. Ich bin skeptisch. Oder ist das jetzt das Wundermittel? Okay, apropos Wundermittel, das hatten wir jetzt auch schon öfters mal gehabt. Das habe ich auch schon öfters in der Hand gehabt. Da habe ich von Beeskin Keep Food Fresh Longer. Hält Lebensmittel länger frisch. Die Alternative zur Plastikfolie. Ein Jahr wiederverwendbar. Sind wir auch wieder bei einem Jahr, ne? Abwaschbar und wiederverwendbar. Das ist einfach so ein Bienenwachstuch. In der Größe S. 17 x 17 cm. Und da kannst du das einfach über eine Gurke machen oder wo auch immer man das so drüber machen kann, ne? Das ist jetzt ein relativ kleines Tuch. Ich wüsste, oder über Käse oder sowas, ne? Also ich persönlich verwende gerne diese Frischhalteboxen einfach. Da habe ich einiges bei mir zu Hause. Das heißt, ich verwende auch generell keine Alu- oder Plastikfolie. Deswegen brauche ich da eigentlich keine Alternative zu. Aber es ist eigentlich ganz nett, ne? Dass sowas dann auch in Boxen mit drin ist. Das kommt auch aus Berlin. Das hat gar nicht einen so ultralangen Weg dann hinter sich. Also von daher finde ich das ganz nett. Nicht mit rohem Fleisch, Fisch und Ananas in direkten Kontakt bringen. Das finde ich auch interessant. Warum denn nicht mit Ananas? Sehr fettreiche, ölige Lebensmittel können die Wachsbeschichtung anlösen. Oh, okay. Und nicht bei Colophonium-Allergie benutzen. Jo. Ach, gut. Jo. Kannst du hier für geschälte Mandarinen, für angeschnittene Äpfel, für Rosinen und Nüsse verwenden, Avocado, Zwiebel, Gurke. Jo. Oder für Gefäße und Tassen steht hier auch drauf. Und das ist, das kann ich mir gut vorstellen. Wenn ich so eine Soße gemacht habe oder wenn ich Sahne gemacht habe, da mache ich da meistens noch irgendwie so eine Folie oder sowas drüber. Da kann ich mir das gut vorstellen. Ja. Das finde ich auch süß. Das spricht jetzt aber auch schon wieder dafür, dass wir hier eine Box für ein Paar haben, oder? Für ein Pärchen. Weil das hier ist ein Buch, das nennt sich Du und ich. Ein Erinnerungsbuch für uns zwei. Komm, lass uns die Geschichte unserer Liebe aufschreiben. Wo sind wir uns zum ersten Mal begegnet? Wohin ging unsere erste gemeinsame Reise? Was hast du eigentlich als Kind an langweiligen Sonntagen gemacht? Oh, das finde ich schön. Mit diesem Buch könnt ihr euch an einige und gemeinsame, nein, mit diesem Buch könnt ihr euch an eigene und gemeinsame Erlebnisse erinnern und euch über große und kleine Lebensfragen austauschen. Es gibt euch Anstöße, etwas zusammen zu unternehmen und ihr findet sicher auch Neues übereinander heraus. Viel Spaß beim Erinnern, Erzählen und Eintragen. Das finde ich cool. Kostet normalerweise 14,99. Ich habe so ein Buch auch schon mal meinem Freund geschenkt. Da waren wir, glaube ich, zwei Jahre oder so zusammen. Das haben wir nicht gemacht. Sowas finde ich aber echt schön. Wie alles begann, weißt du noch. Dann kannst du hier so Sachen eintragen. Gibt es etwas, worin du so aufgehst, dass du die Zeit vergisst? Hast du Lust, gemeinsam Fotos aus unserer Kindheit und Jugend anzusehen, mir Verwandte und Freunde zu zeigen, die ich nicht kenne, gemeinsam mit mir über modische Entgleisungen oder witzige Begebenheiten zu lachen? Komm, wir machen uns einen Abend der etwas anderen Art. Das finde ich schon schön. Ja, das ist ein tolles Buch. Das mag ich. Ich finde auch, wenn man 15 Jahre mit seinem Partner zusammen ist, so wie ich das bin, dann hat man immer noch irgendwelche Sachen, die man sich so gegenseitig noch gar nicht erzählt hat oder worüber man noch gar nicht geredet hat. Und das finde ich cool. Das mag ich. Und wir haben wohl auch immer in der Lifestyle-Box so ein Magazin drin. Das ist The Red Bulletin. 3,50 Euro kostet das normalerweise. Und das ist halt so ein Outdoor-Magazin. Also ich finde halt wirklich, dass diese Box sehr, sehr bunt gemischt ist. Weil hier ist halt wirklich so echte Kerle in ihren Wanderungen. Das ist der Typ, der das Edelweiß geholt hat für das Serum, Leute. Ja, wirklich. Also das ist so, weiß ich nicht. Einerseits, ich weiß nicht, warum ich mich an diesem Bilou-Produkt so hoch ziehe, Leute. Aber einerseits hast du dieses Bilou-Produkt und andererseits hast du dann halt so ein richtiges Kerl-Magazin. Keine Ahnung. Also schreibt mir gerne, was ihr denkt, was die Zielgruppe für diese Box sein würde. Ich weiß es nicht. Also ich hätte jetzt so aus dem Bauch heraus, wenn ich die ganze Box mir anschaue und wenn ich auch anschaue, was so in den anderen Boxen drin war, ne? Hätte ich jetzt gesagt, okay, es ist so ein Pärchen Mitte 30. Meine Meinung. Oder ein Pärchen Mitte 20. Ich weiß nicht, weil manchmal auch so ein paar Sachen für Aktivitäten und sowas drin ist. Wobei ja auch Mitte 30-Jährige könnt durchaus aktiv sein. Nur weil ich das nicht bin, heißt das nicht, dass die ganze Welt das nicht ist. Aber, ne, die haben dann meistens schon Kinder oder sowas. Aber da würde ich schon sagen, doch ein Pärchen Mitte 20 ist dann wohl die Zielgruppe von dieser Box. Aber ich finde die Box, ne, also für mich und meinen Partner gestaltet, finde ich die ganz cool. Also da gefällt mir das. Aber ich finde, um ganz ehrlich zu sein, dass diese Box, also auch im Hinblick dessen, was ich so an anderen Boxen hier auch so zeige, ich finde sie wenig so zielgerichtet. Also mir fehlt halt dieser rote Faden in dieser Box. Und vielleicht, ich hoffe, dass es auch von der Lifestyle-Box hier gesehen wird und dass dann auch die Kommentare gelesen werden. Deswegen schreibt gerne eure Wünsche und Anregungen unten zu der Box, äh, Quatsch, zu der Box unten in die Kommentare rein. Und ja, ihr Lieben, das war's jetzt hier mit mir und meinem Unboxing. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!